Ich heiße Betty, ich arbeite seit sieben Jahren für Dr. Nikolaus Linde. Meine Hauptaufgabe ist eigentlich die Sprechstundenassistenz. Am meisten Spass an meinem Job machen wir Zusammenarbeit mit Dr. Linde. Die ganzen Vorbereitungen von den Sprechstundenzimmern bis zu den Nachbehandlungen und der Betreuung. In meiner Freizeit verbringe ich gerne Zeit mit meiner Familie und mit meinen Freunden. Für den Ausgleich, ich mache gerne Sport, gehe ein bisschen wandern, einfach mal in die Natur, ein bisschen runterfahren. Und was mir natürlich wahnsinnig Spass macht, ist einfach mal ein gutes Buch zu lesen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017